Wenn ich die Augen zumache und an Bielefeld denke, dann ist eine der ersten Sachen, an die ich denke, ist die Innenstadt. Wir haben uns dieses Jahr wieder etwas ganz Tolles überlegt. Hut ab bedeutet für mich erstmal Hut ab für dieses tolle Event in der Altstadt, das seit vielen, vielen Jahren mit Flirt im Frühling einfach stattfindet. Für mich steht hinter Hut ab auch ein Hut ab vor den Kaufleuten, ein Dankeschön vor dem, was sie für Bielefeld einfach auch tun. Aber auch Chapeau für den Künstlern, die dort auftreten und die man dann vielleicht auch mal mit dem einen, anderen Euro oder vielleicht auch so einen Euro-Schein belohnen kann. Gerade in der heutigen Zeit des Onlinehandelns und der modernen Medien und sozialen Medien setzen wir damit einen deutlichen Gegenpol. Insgesamt sind fast 100 Leute, die ja dann unterwegs sind und Kleinkunst machen. Und zwar für Begeisterung, sondern Begeisterung ist glaube ich genau das, was wir nach so einem langen Winter brauchen.